Hallo und willkommen bei der dritten Folge von Lenas Leseabenteuer. Heute versetzen wir uns nach Griechenland, genauer in die griechische Mythologie. Das Buch Ariadnes Faden ist hauptsächlich ein Buch über Labyrinthe, griechische Götter, Sagen und Mythen. Das Buch wurde von Jan Beidlich geschrieben und gemalt. Er wurde inspiriert durch verschiedene alte griechische Vasen, Bilder. Es ist am besten, das Buch von hinten zu lesen, weil hinten alle Texte sind und vorne alle Bilder. Es ist nicht nur für Kinder, sondern auch für Erwachsene gut. Wenn ihr Labyrinthe mögt, ist es wirklich perfekt für euch, denn die Hälfte des Buches ist aus Labyrinthen. Und wenn ihr Mythen und Labyrinthe mögt, ist es ja noch besser. Die meisten Bilder in diesem Buch kann man auch in verschiedenen Museen finden. Also, und das ist wirklich cool, dass es diese Bilder zum Beispiel wirklich gibt oder diese Vasen oder verschiedene andere Sachen. Also, Mythen sind Geschichten, also alte Geschichten, die früher den Menschen die Welt erklärt haben. Sie sind vor dem Jahr Null entstanden. Und sie sind ein Mix aus wahren Geschichten und nicht wahren Geschichten. Viele Sprüche, die man heutzutage noch immer benutzt, sind auch aus der alten Mythologie. Zum Beispiel die Sisyphus-Aufgabe. Wir können gerne die Sisyphus-Arbeit mit dem Lernen oder mit der Schule vergleichen, da wir immer wieder lernen und es immer wieder machen müssen. Die meisten Labyrinthe sind meistens schwer und die Seiten sind auch manchmal sehr brutal. Zum Beispiel hier wird Promoteus der Magen aufgefressen von einem Vogel. Oder hier beim Zyklopen. Hier stellt der Odysseus sich erstmal dem Zyklopen vor. Der Zyklop fragt, wie heißt er? Und er sagt, ich heiße niemand. Und danach erblindet er ihn, indem er einen Stock in sein Auge schiebt, könnte man sagen. Und danach fragen die anderen Zyklopen, wer hat dir das getan? Und er sagt, niemand. Und jetzt werde ich euch meine Lieblingsseiten zeigen. Das ist meine erste Lieblingsseite. Das ist der Labyrinthans. Jeder Mensch, von dem es anders ist, entweder vom Aussehen oder von der Kleidung her. Ihr könnt mal gucken, wie der Autor das gemacht hat. Jan Beitlik war auch extra in Griechenland, damit er diese Häuser hier malen kann. Und wenn ihr euch genauer reintieft in die Bilder, könnt ihr verschiedene lustige Geschichten finden. Und hier zum Beispiel, hier spritzt ein Junge einem Mädchen Wasser. Also das sind sehr viele kleine Details, die auch lustig und komisch sind manchmal. Und jetzt kommen wir zu der Olympiade. Sie wurde in Griechen erfunden und findet noch immer statt. Nur der große Unterschied ist, dass heutzutage die Kämpfer oder sozusagen Mitmacher nicht nackt sind. Und jetzt kommen wir zu den Minuspunkten. Das Buch ist zwar sehr lehrreich und so, aber es ist auch sehr brutal und dort gibt es viel über Krieg. Also ich weiß nicht, ob es so kleinere Kinder, sagen wir mal in so vom Grundschulalter, ob es ihnen ein bisschen Angst machen würde oder ob sie, keine Ahnung. Und jetzt kommen wir zu der Elternzone. Das Buch wurde auf die White Ravens Liste 2019 aufgetragen. Das Buch bekam den Hauptpreis in Polnisch Graphic Design Award 2018 in Kategorie Buch für Kinder und Jugendliche. Also im September kommt Jan Beidlik nach Düsseldorf, genauer zum Polnischen Institut Düsseldorf und zeigt seine verschiedenen Grafiken. Und nochmal zum Abschluss wünsche ich euch schöne Ferien und ich hoffe ihr bleibt gesund. Und ich hoffe wir können uns beim Kämpfer Buch wieder treffen. Ja und das war's auch. Tschüss. Ja und das war's auch. Tschüss.